Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute fahren wir nach Wien und wir nehmen euch mit zu unserem Ausflug. Wir sind jetzt auch gerade schon in Losdorf, das ist so circa ungefähr die Hälfte des Weges, aber wir haben uns jetzt gerade noch einen Snack gekauft. Ich habe mir ein Eis gekauft, unbezahlte Werbung, alles selbst bezahlt, aber es ist richtig lecker. Das genießen wir jetzt und dann werden wir auch schon weiterfahren und ich nehme euch heute mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also, let's go! So, wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren und wir waren jetzt gerade schon im Steffelshop. Nun habe ich euch nicht mitgenommen, weil das sind so viele Sachen, so Markensachen. Und dahinter ist hier der Stephansdom und da gehe ich jetzt auch hin und wir werden da hochfahren und dann mal schauen, was wir noch so entdecken. Schaut mal wie schön. Schaut mal Leute, da hinten ist zum Beispiel Five Guys, das ist so ein neuer Burgerladen und da ist auch schon der Stephansdom. Wir sind jetzt hier beim Five Guys, wir wollten das nochmal ausprobieren. Wir haben da so viel Gutes gehört und ja, da hören wir jetzt zum Burger. Wir gehen aber später nochmal woanders essen. Aber ja, das muss man gesehen haben auf jeden Fall. So meine Lieben, wir sitzen jetzt inzwischen beim Five Guys. Das ist so ein Burgerladen. Richtig cool. Und da habe ich eine Empfehlung bekommen und da mussten wir einfach her schauen. Wir haben jetzt mal einen Cheeseburger bestellt. Also BBQ, Mayo, Salat und da kann man 15 verschiedene Toppings auswählen. Also richtig cool. Ja, bin gespannt. Das testen wir jetzt und später gehen wir uns in unseren Lieblingsladen. Das ist der Swing Kitchen. Da sind wir auch immer und da werden wir dann nochmal was essen. Auch wenn der Burger und Süßkartoffel kommen ist und so. Ja, wenn man schon mal da ist, muss man alles ausnutzen. nutrients, um nicht einfach inzwischen essen. Ich freue mich mal und so. Das wird so gemein, dass wir auch immer in den Boden werden. Ja, das ist einchen Baum. Das ist einchen Baum. Ja, das ist einchen Baum. Jo, das ist einchen Baum. Wir sind jetzt im Stephansdom drinnen und ich zeige euch jetzt ein paar Eindrücke. Da muss man natürlich sehr, sehr leise sein, aber schaut mal, alleine die Bauweise ist richtig. Und ich meine, das sind 500 Jahre lang, wir haben die Orion gespielt. Also, ich hoffe, dass es alles gut geht. Ich hoffe, dass es alles gut geht. Das ist der Turm vom Stephansdom und da gibt es auch richtig viel zu sehen. Also schaut mal, da ist die Glocke. Wir waren auch gerade noch weiter oben und wir schauen uns wieder raus. Schauen wir noch ein bisschen herum, aber es war auf jeden Fall cool zu sehen. Und ja, da sind auch Pferde vier. Ja, wir sind ja in Wien und wir schauen jetzt noch ein bisschen shoppen. Genau, heute ist es auch relativ angenehm, also es ist nicht so heiß. Es ist eigentlich perfektes Wetter, so zum Spazieren und so. Wir sind jetzt noch beim Bubble Tea Laden. Ich habe mir einen Matcha Bubble Milk mit Tapioca Perlen geholt, den großen. Und zeigt mal euren. Ja, Mango und Strawberry haben wir uns auch noch geholt und den trinken wir jetzt noch gemütlich. Und dann werden wir noch ein bisschen... Ah genau, wir gehen dann noch essen auf jeden Fall. So, wir sind jetzt in Döbling und gehen jetzt noch spazieren. Richtig, richtig cool. Bubble Tea ist auch schon wieder leer. So, meine Lieben, es ist soweit. Wir fahren jetzt auch schon mit dem Auto weiter. Und wir fahren jetzt vom Bubble Tea zum Swing Kitchen zum Essen. Mir ist zwar kein bisschen schlecht, aber ich habe einen 3,25 Liter Bubble Tea getrunken. Ja, aber jetzt geht es mal weiter noch. So, dann geht es auch schon los. Wir haben jetzt einen GLA, mit dem sind wir jetzt unterwegs. Richtig cool. Und jetzt starten wir zum Swing Kitchen. So, wir sind jetzt bei Swing Kitchen. Schaut mal, wir haben da richtig guten Holundersaft. Dann zweimal so vegane Burger. Die sind nämlich komplett ohne Fleisch und die sehen so lecker aus, oder Leute? Sagt mal ehrlich. Und dann natürlich Süß-Kartoffel-Pommes und normale. Yeee!